Okay, ich hätte hier einen Scotch mit Eis, Scotch mit Eis und einen Mango-Margarita. Er war in der Nationalgarde. Ah, ich hätte es beinahe vergessen. Ich brauche eure Autoschlüssel. Was denkst du denn, wie besoffen ich werde? Hoffentlich besoffen genug. Meine Frau hat meine Schlüssel. Weißt du, Bull, wenn das dein Ernst war, $%&- 0. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020